Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Big Reacts, bei heute bei RUM, mit vonstatten sind Nick und Tizian. Wir gucken uns jetzt mal das Opening Game auf dem Major an. Das ist nämlich das Entropik-Game. CIRSON 4K. Ja. Der Flow-Pistol. Der macht immer 4 Kills in der Pistol, ne? Eigentlich schwerer Szene. Boah, Ding! Wo bleibt der Huttbusch? Stark. Gute Szene. Aus deutscher Maschine. Ja. Der macht immer 4 Kills mit Pistol sein. Ja, immer. Sehr oft dagegen. Er ist auch sehr geisteskrank, mit Pistol. Geisteskrank. Direkt nächste Szene auch von ihm. Geil. Ronan Tou mit McTen. Zweite Runde. NC Echo. Oder NC Force. Hast du dich sicher gefühlt, als der Mate hier Flank gegangen ist? Einfach alleine. Ja. Mit low AP. Stark, ein gespielt. Ja. Er mag auch diese Flank, ist gut. Ja. Das klappt auch sehr oft. Schön chillig geblieben, hat erst den Diffuser gekillt und dann den Typen, der den Diffuser deckt. Genauso wie man es auch immer machen sollte in so einer Situation. So. Was machen wir hier? Was machen wir? Wir schleichen einfach random durch den Smoke. Sieht nicht so geil aus. Nee, es sieht sehr schlecht aus. Aber warum gehen wir durch die Smoke überhaupt? War hier eigentlich weiter Kontakt gehen, oder? Ja. Ich glaube, es war so ein bisschen desperate so. Einfach auf Lucky Code, lass durch die Smoke gehen. Das ist schlecht. Das ist ein bisschen Landpressure, glaube ich. Echt jetzt? Oder? Kann sein. Ein bisschen random Entscheidungen einfach getroffen. Es war auf jeden Fall nicht ein so geile Code von uns. Ja. Bestimm ich dir zu. Guter Highlight? Ein sehr gutes Highlight, ja. Das ist die 2 gegen 4, glaube ich. Ja. Das ist die Runde, wo ich habe einen auf die Ladder gelackt. Ah, ja. Wir haben die Ladder gespringen. Mhm. Das trifft einfach das. Nice. Das war ein bisschen instant. Sehr schön. Viel gespielt, oder? Viel gespielt. Denkst du, viel spielen ist wichtig? Viel spielen ist richtig, ja. Gute Maus im Memory. Ja. Ja, in Tropic. Wir hatten interne Wetter am Laufen. Ohne Geld, ohne alles. Nur das Big Team und ein paar Leute vom Management. Und keiner hatte in Tropic auf dem Schirm, außer ich. Muss ich mal kurz sagen, dass ich der Typ war, der es natürlich wusste, dass die sehr weit kommen. Und ja, nee, super Turnier gespielt. Die Leute wurden absolut unterschätzt. Und auf jeden Fall verdient viel zu weit gekommen. Das nächste Game ist gegen Renegades auf der Major. Inferno. Inferno. Stark. Ah. Das Game war aber allgemein so, ne. Jeder für sich. Die haben auch komisch gespielt. Die spielen nicht so Meta. Ne, das stimmt. Ich weiß gar nicht, was soll ich hier zu sagen. So, gar nicht hinzwei. Ja, bis zu Renegades. Ja, bis zu Renegades. Durch Schmuck. Ja. Also, wir haben ja gute Konten hier. Ach, LDC haben wir gemacht. Ja. Mit Block. Zack. Aber was machen die denn hier? Guck mal, mein Typ hier. Er ist auf seinem Monitor, er ist wieder ein Smoke hier. Ja, auf jeden Fall. Aber was ist das für eine Entscheidung hier, bei 45 Sekunden einfach durch den Smoke zu gehen? Wir haben doch nur Pistols und so. Und eine Arbe gesaved. Weiß nicht, Bro. Aber die sind halt auch sehr gepischert, die Leute, ne. Ja. Und die haben halt leider keine guten Gegner. Also, du kannst schwer aus dem Team gut werden, weil du einfach keine guten Gegner hast, so. Das Niveau in deinem Land ist einfach absolut schlecht und du kannst nicht gegen andere Länder spielen. Das ist schon ziemlich hart, eigentlich. Mit Sinons einfach. Hast du Sinons ja reingemacht fürs Event, ja, ne? Nach, ja. Nach dem Event? Hier habe ich einfach den Drop bekommen. Ach so. Glaub ich. Boah, ich denke da einfach auch. Hetz. Das war unser einige Entfernungspiel auf Meteor. Ja, wir haben es gewonnen. Danke fürs Zuschauen. Nicht Subscribe und Like vergessen. Und wir sehen uns seit dem nächsten Video. Bis zum nächsten Video.